Wien ist ein Traum. Wer nach Wien kommt, muss das Träumen beginnen. Herzlich willkommen zum Traumtag. Begrüßen möchte ich Bicero und Jaws. Schön, dass ihr meine Zeit genommen habt für uns. Die erste Frage, Paul, Traumtag, wovon hast du als Kind geträumt? Ich habe zwei, lustig, dass du sagst, zwei sehr präsente Träume, die ich seit Kindesbeinen anträume. Und zwar ist das eine, das kennt, glaube ich, jeder, das ist, dass man kurz nach der Einschlaft irgendwo runterfällt. Und das andere, was ich mir dann sogar einmal die Mühe gemacht habe, nachzuschauen, was das in Traumdeutungsbüchern bedeutet, ist, dass ich einen Zahn verliere. Und also entweder ausbeiße oder mich schlagt werde ich voll und dann ist mein Zahn weg und ich habe einfach dieses Gefühl, da fehlt was. Und da habe ich nachgeschaut und das ist die große Angst vor Misserfolg oder finanziellem Verlust. Also man merkt irgendwie, dass auf der Bühne sein färbt auch in der Traumwelt ab. Aber sonst geht es gut. Bis jetzt ja. Was sagt der Psychologe, weil wir auf der Couch sind? Der sagt meistens, ruf mich an, wenn du gut angekommen bist, bussi die Mama. Das wäre gut, das wäre für mich. Otto, du warst ja bei den Sängergnaben. Ja. Und dann irgendwann einmal ist der ganz gemeine Stimmbruch ums Eck gekommen. War das so irgendwie so ein geplatzter Traum dann? Wie ist dir das so gegangen? Nein, überhaupt nicht. Da kommt man nicht drum herum. Der Stimmbruch ist da und der passiert. Und dann wird es interessant, weil oft ist es so, dass man nach dem Stimmbruch ganz, also es ist so, dass man nach dem Stimmbruch eine andere Stimme hat als vorher. Und manchmal funktioniert es, dass man weiter singen kann und manchmal funktioniert es einfach nicht. Und da ist die Stimme dann komplett weg. Und bei mir war einfach das Gute, dass die Stimme trotzdem noch da war. Traumberuf, was war der in eurer Kindheit? Wir waren, glaube ich, von Fußballer über Astronaut. Genau. Das waren so die Präsentesten, glaube ich. Aber es war ein Schauspieler dabei. Also einfach Mittelpunkt und irgendwer schaut dazu, wenn es das du hast. Also ich glaube, diese Fokus-Affinität haben wir beide schon ganz, ganz als Kind getragen. Welche Künstler haben euch geprägt? Ja, also für beide auf alle Fälle ganz stark. E.A.V. Hubert von Galsern waren, glaube ich, von den österreichischen her für uns sehr, sehr präsent. Bei mir noch SDS, beim Otto noch Ludwig Hirsch, glaube ich, auch sehr. Ja, voll. Also meine erste CD war er, E.A.V., das weiß ich noch. Und ja, nach wie vor, wir haben das Privileg gehabt, zu ihrer aktiven Lebenszeit, die zwei noch kennenzulernen und sogar mit dem Spitzer Thomas einmal eine Nacht durchzutscheichern, das war sehr lustig. Sehr fein. Und man merkt halt auch, dass der Herr doppelt so alt noch immer mehr, vertraut als die zwei Jungen sind. Und nein, also, war schon lustig. Im klassischen Bereich auch irgendwas vielleicht? Im klassischen Bereich Mozart natürlich. Ja. Wir spielen Bach in euch im Programm. Wir spielen Mozart, Beethoven, Bach. Und natürlich, darf man nicht vergessen, Der Figaro? Der Dankeschön, Figaro. Ein vieles auch dabei. Ja, also man nimmt sehr gerne aus der klassischen Fundgrube. Also ich habe ähnliche Musikgeschmäcker gehabt, obwohl ich eigentlich genug eine Kenntnis habe. Ja, hin und wieder trennen sich die Geister, das ist bei Musical und harter Metal. Aber es kommt dann auch viel wieder zusammen. Autofahrten sind immer sehr interessant. Das war jetzt gerade eine Frage gewesen, wer hat da den Regler in der Hand? Naja, es kommt immer darauf an, wer fährt, aber meistens so der Balle. Und da sitzt ich da meistens so drin. Weil so dieses... Tja, das ist halt Emotion ist das. Ja, wir sollten einmal so ein Duett schreiben, so ein Liebesduett, wo ich... Wie verstehst du, was das gehört hat? Das kannst du da auch, dieses Rolling. Ja, aber sonst überschneidet sich schon sehr viel, muss ich sagen. Wir befruchten unsere Geschmäcker gegenseitig und nehmen aus den Töpfen des jeweils anderen das Beste heraus. Dann irgendwann mal das Schicksal. 21. November 2013. Ich sag's jetzt in eurer Landessprache. In deinem... Lay-aum. 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 Alle fünf Vokale in einem Wort Lay-aum. Euch zusammengeführt. Die Schuld ist ein Chick, ne? Wer hat da geraucht von euch zwei oder beide? Beide. Wer hat wem das Feuer gegeben? Ich hab... Nein, da hab ich eins noch nicht geflatet gehabt. Die älter Jaws ist nämlich bekannt dafür, dass ich die Feuerzeuge... Ja genau. Ich glaub, da haben wir beide gehabt. Ja, beide gehabt. Wie war die Situation? Nehmt ihr uns da einmal mit in die... Naja, es ist... die Angst vor dem Auftritt wegzunehmen. Und so sind wir dann zuerst einmal wirklich ins Reden reingekommen. Du hast jetzt hier beide getrennt voneinander aufgetreten? Nein, das war schon am Nix schon. Ich bin eingesprungen. Ich bin bei einer langen Nacht des Kabarets eingesprungen für den wunderbaren Didi Sommer. Und da haben wir uns dann das erste Mal wirklich kennengelernt. Und da ist es auch passiert, dass wir uns dann die Hand draufgegeben haben, dass wir was gemeinsam machen. Also Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf die erste Chick. Chick. Ja genau. Es war Liebe auf die erste Chick. Ihr seid ja nicht nur da, dass ihr da gemütlich sitzt, sondern ihr sitzt auch ein bisschen was anarbeiten. Jawohl. Also wirklich. Und zwar, ihr müsst euch jetzt in fünf verschiedenen Versionen auf dieser Couch da in Szene setzen. Okay, das schaffen wir. Wir sind jetzt eingeschlagen irgendwie wie eine Bombe. Kann man nach wie vor sagen, ihr fühlt Hallen, ihr habt Erfolge, Ende nie. Preise abgeräumt. Auch jetzt wieder die neue Tour ist schon wieder wahrscheinlich restlos ausverkauft. Wohin soll eure Reise noch gehen? Wie geht es ihr mit dem um? Erfolg macht das mit dir und deswegen schauen wir, dass wir gemeinsam uns auch immer die Zeit nehmen, dass wir genug reflektieren und einfach gemeinsam damit lernen, damit umzugehen. Und das funktioniert auch immer besser. Wo die Reise hingeht, der Otto hat immer einen gewissen Traum gehabt für das Traumgespräch. Ja, natürlich. Es gibt so Träume, die man hat, die müssen aber nicht in Erfüllung gehen. Aber es wäre auch schön. Es wäre zum Beispiel sehr schön, wenn wir mal im Stadion spielen könnten. Also wenn das einmal passiert, wäre das so ein... Das wäre dann schon ein Leihwand. Das wäre dann cool. Total ist schon passiert. Ja, nein, das ist ja alles schon passiert. Das sind eh schon Sachen, die man nie gedacht hätte, dass das passiert. Also das ist ja der Wahnsinn. Aber wenn es in ein Stadion kommt, das sind aber Träume. Das ist nicht so, dass wir sagen, das ist das Ziel, da müssen wir hin. Und wenn das nicht passiert, dann geht es uns nicht gut. Nein, überhaupt nicht. Wenn das nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Aber das ist so ein Traum, den man hat. Das ist das Schöne bei Träumen. Bei Träumen, die müssen nicht in Erfüllung gehen. Es reicht schon, wenn man träumen kann. Vielleicht gibt es irgendeine prominente Fußballauswahl, die euch immer dort spielen los? Ja, da waren die nicht dabei. Im Stadion. Ja, da bin ich nicht. Ich bin kein Fußballer. Ah, ich wolle jetzt auftreten im Stadion? Nein, Karten verkaufen, was ich gesagt habe. Wie geht es einem, wenn wir jetzt, so wie wir da jetzt, also wir haben jetzt leider noch kein Publikum da, wenn wir das jetzt in der Stadthalle zum Beispiel, da sind elf, tausend, zwölf Jahre oder so. Da stehen wir da noch zweieinhalb Stunden um. Wie nimmt man das wahr, beziehungsweise wie kann man sich das überhaupt irgendwie aufsaugen in der Zeit? Oder muss man das dann nachher auf Video anschauen oder wie? Es ist so der Wahnsinn. Also erst beim zweiten Mal Stadthalle haben wir wirklich mehr darauf achten können, was um uns herum passiert. Beim ersten Mal, was einfach nur voll Gas geben und passt. Ein wösenster Auftritt war auf alle Fälle bei den 100.000 auf der Donauinsel. Also da war wirklich, wo zwei Minuten bevor wir rausgehen haben müssen, war es wirklich gleich plausibel. Aber die Gitarre einfach ins Eckpfeffer und weglaufen. Also da war ich so angespannt. Es war auch nicht förderlich, weil es sind viele zu uns hergekommen und haben gesagt, okay, jetzt seid ihr zu zweit, oder? Jaja, wir sind zu zweit. Puh, traut euch was. Büsst ihr jemand? Ihr traut euch wirklich. Das wüsst 10 Minuten vor dem Auftritt. Nicht hören. Das macht dich dann noch nervöser. Weil dann denkst du, okay, scheiße, wir sind zu zweit. Hätten wir ein Bett oder so. Aber es hat dann super funktioniert und das war Wahnsinn. Wirtshaus soll mit 300 Leuten, das ist genauso wie auf dem Donauin mit 100.000. Also nicht der gleiche Grad der Universität, aber nervös sind wir. Also wir sind vorher immer, es kommt immer später dann, aber so 15 Minuten davor, wenn wir unsere Einsing-Rituale haben und uns gegenseitig die Ohren massieren. Einfach so, ja Fred, es ist wirklich so. 40. Ja wirklich, das ist wirklich so. Check-Hopson-Training heißt das. Und da ist man konzentrierter und dann kommt man zu der Universität und das ist auch gut, weil wir immer gesagt haben, wenn wir nicht mehr nervös sind, hören wir auf. Ja, wenn es fad wird. Ja, wenn es nur mehr Job ist. Wenn du mehr anspielst, dann brauchst du nicht mehr weiter tun. Das hat Jacques Brel genauso gehabt, das machen wir auch. Nein, aber es ist wirklich so. Sobald kein Gefühl mehr auf der Bühne zustande kommt, brauchst du nicht mehr tun. Was bedeutet dieses Globe Wien hier in der Markshalle für euch? Ist das ein Ankerpunkt? Für uns zwei ist es jetzt eine Bühne, die wir auf der Tour gerne bespielen, wo wir letztes Jahr leider Gottes nicht viel spielen haben können, weil der Brennt hat. und weil es neu aufgebaut worden ist. Wer von euch ist der bessere Koch? Ich glaube, der Otto. Es kommt darauf an, was man kocht. Aber ich glaube, du kochst öfter. Kann sein, ja. Du kochst öfter. Was ist so? Das klingt jetzt komisch, aber wirklich die besten Käskräner, die ich in meinem Leben gegessen habe. Es ist nicht so leicht. Nein, wirklich. Weil es zuerst siedenlos, dann anbrat und dann noch einmal mit Knoblauch drüber. Also wirklich, ist ein Erlebnis, kann man ruhig sagen. Der Jausche Käsekräner. Gegenfrage, was kann man von ihm essen? Der Paul... Frischzimmer, das ist er gekauft, oder? Nein, gar nicht. Er bestellt super. Nein, besser nicht. Es ist, was der Paul wirklich kann, das ist wirklich sehr fein, er ist ein Salatspezialist. Das Dressing ist ein Hammer. Das Dressing ist das Wichtigste. Das Dressing ist wirklich, das ist, was du nachher wirklich trinken kannst. Jetzt haben wir euch ein neues Album. Kommt der jetzt? Ja. Es ist noch relativ warm sogar von der Druckerei. Ganz frisch. Die Farbe geht nicht runter. Das neue Album. Wer nicht füllen will, muss hören. So ist es. Wie ist das zustande gekommen? Wie lang habt ihr euch jeder Zeit genommen? Wo waren vielleicht auch mal so ein bisschen Hänger drinnen? Oder ist das so, außer geflutscht auf einmal? Beim Schreiben ist es so, dass, ich erzähle das immer so gern, dass ihr oft so WhatsApp-Nachricht kriegt. Die dauert zwei Minuten oder ein bisschen länger. Und das ist dann, was ich oft auch schaue, der Pauli hat euch eine Nummer geschrieben. Das ist wirklich, ja. Und der Pauli schreibt wirklich, also den Mammutanteil von dem, was oben ist, ist beim Pauli. Von den Liedern her. Und dann treffen wir uns, dann wird das musikalisch verfeinert. Der Otto hat einfach seine, natürlich auch so, und natürlich auch wegen seiner Ausbildung, hat der Otto einfach eine Stimme, die halt alles wirklich immer verbessert. Und das wird einfach noch auf ein besseres Level. Und der bringt es mir dann auch wirklich pädagogisch wertvoll und behutsam bei, wie man dann noch die Zweistimmigkeit verbessern kann und so. Und das ist dann einfach das Veredeln, das Rodiamanten. Also du bist da quasi ein Musiklehrer in der Band-CoE sozusagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist auf dem Album im Vergleich zum ersten vielleicht weniger lustiges Abend, was einfach daher rührt, dass wir beim ersten Album uns gedacht haben, okay, wir kommen beide aus dem Kabarett, die Leute erwarten irgendwie, dass wir viel Witziges haben. Und diesmal sind wir, glaube ich, mittlerweile gleich etabliert als Musiker, als Kabarettisten. Von dem her war es uns mehr Wurscht und es hat sich erst so ergeben. Wir haben eine eigene Schiene irgendwie auch vordrungen. Wie schaut sowas auf der Bühne dann aus? Wenn man jetzt so eine CD hernimmt und sagt, wir machen jetzt ein Programm. Kommt da dann wieder ein Kabarett dazu? Ist das dann schon Kabarett? Nein, das ist das Kabarett. Genau. Wir haben uns halt gedacht, nur Musik machen wir uns zu seriös und nur Kabarett wäre uns zu profan. Also bauen wir eben immer parallel zu unserem Musikalbum dann eben noch die lustigen Sachen dazu. Wir haben gewusst, dass käme. Wir können beide Entertainern auch nur mit Sprache. Und deswegen haben wir halt auch lustige Nummern zwischen den ernsteren, also Musiknummern und dann halt auch lustige gesprochene Kofferranzen. Es geht halt einfach zu zweit für mehr und du kannst den Abend abwechslungsreicher gestalten, als wenn du nur ein Lied nach einem anderen runterklopft. Eine CD-Präsentation. Ihr habt da eine Legende ausgegraben, hätte ich jetzt fast gesagt. Peter Rab-Ausgraben. Hat euch eine CD-Präsentation moderiert? Danke, Peter. Wer hat den abgerufen? Wer hat die Nummer von euch? Peter war öfter zuschauen mit seiner Freundin und wir haben uns immer wieder super verstanden. Voll. Und er ist einfach wirklich ein Kraft-Tier. Also bei allen großen Auftritten war er dabei. So war der Teil. Also vorhin so fest. Das tut es euch nichts an. Jetzt kommt es her. Schaut es einmal da rein. Das habt ihr eh gemacht. Genießt es. Es kann euch nichts passieren. Und das ist sowas wirklich. Er gibt uns so diese Ruhe. Weil von ihm kannst du es wirklich auch nicht mehr weißt. Weil er weiß, von was er redet. Und das ist so dieses... Ein bühnenweiser Mensch. Ja, genau. Ja, ja. Habt ihr mittlerweile vier Amadeus-Awards? Stimmt das? Ja. Völlig richtig. Habt ihr die zwei und zwei jeder daheim? Nein, gar nicht. Gar keiner. Gar keiner. Sie sind alle bei unserer Agentin im Büro. Das Format heißt ja Traum-Tag. Und es geht um das, dass man in diesem Traum-Tag auch seine Träume für sein Grätzl, wo man lebt, für seine Stadt irgendwie vielleicht formuliert. Was findet ihr an Wien besonders gut? Was fällt vielleicht? Was muss passieren, dass es so bleibt? Ich kann jetzt nicht sagen, was... Ja, Radl. Ja, ich hab jetzt ein Rad. Es macht Spaß. Nein, aber es ist... Raubig gibt's irgendwie auch. Wien ist einer lebenswertesten Städte. Was willst du verändern? Schon wieder gewählt worden vor ein paar Tagen. Ja, eben. Jeder, der sagt, da muss was verändert werden, was willst du großartig verändern? Und viele Sachen, die verändert werden, kommen woanders wieder deppert aus. Aber ich kann was sagen, was ich gern hätte, was Wien hat, was ich gern in Graz hätte. Und zwar, was wirklich auffallend ist, wenn du aus Graz bist und was dir in Wien auffällt, und was gescheit ist einfach, wie unglaublich viele Mistköbel Wien hat. Ja, danke. Wirklich, das folgt dir erst aus, aber das ist irre. Es gibt keine Straßen, wo nicht mindestens drei stehen und das ist super. Das ist einfach großartig. Und da können sich die anderen Städte wirklich den Scheibchen öffnen. In München hast du keine Mistköbel? Du weißt nicht, wo du den Mist hier haben sollst. Also die Anzahl der Mistköbel soll bleiben, dann bist du glücklich. Ja, oder marginal dezimiert bin ich auch noch zufrieden. Ja, wunderbar, dann sage ich einmal danke für das nette Gespräch. Gerne. Ich sage danke. Eure Träume, viel Erfolg mit der neuen CD. Danke. Dankeschön. Ganz, ganz toll, toll, toll. Und hoffentlich bis bald einmal. Bis bald. Dankeschön, war sehr fein.